So, mal gucken, was hat denn Herr Zwerg heute zu erzählen? Wenn das Ruckeln nicht gleich aufhört, werde ich mal die Aufnahme unterbrechen und nochmal alles andere rausschmeißen. Ja, keine Frage. Und jetzt? Ja, ich glaube nicht, dass mir gefallen wird, worauf das jetzt wohl wieder hinausläuft. Soll das heißen, ihr braucht noch mehr Geld? Keine Frage. Und weiter? Ja, ganz zufällig haben wir im Vendanwald ja Granit gefunden. Aber wenn ich diesen Granit für euch finde, habt ihr dann alles, was ihr braucht? Im Vendanwald gibt es Granit. Wir unterhalten uns später. Ne, tschüssi. So, wenn ich den finde, ist das dann alles. Ei, ganz sicher. Nun, zumindest ziemlich sicher. Na gut, im Vendanwald gibt es diesen Granit. Gut ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Äh, ist das wirklich nötig? Ihr dürft eure Festung nicht vernachlässigen. Was würde mit eurem Land geschehen, wenn die Wacht fällt? Händler und Bauern haben einer Armee der dunklen Brut nicht besonders viel entgegenzusetzen. Wir haben ohnehin nicht genug Soldaten. Oder gut, ihr bekommt eure Wachen. Gut, dann sollen die ihre Wachen mal bekommen. Hab Dank, Kommandant. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Ach, seufzt's. Du hast Granit für Woldrick gefunden. Das wussten wir ja schon vorher. Ah, und jetzt hat sich das Ruckeln gerade wieder beruhigt. Gott sei Dank. So, bevor ich jetzt in die Fluten stürze, die gute Dame da hinten hatte doch vorher noch was. Bevor wir reingegangen sind, hatten wir noch ein Ausrufezeichen beim Kopf. Und wo sind denn die Augen? Was ist denn hier mit den Augen los? Ja, natürlich. Sofort. Keine Quests verfügbar ist immer gut. Und jetzt ist die Frage, gehen wir schon in tiefen Wege? Wir haben ja noch einiges offen eigentlich. Da tun wir uns mal später, wa? Wir müssen ja eh noch in die tiefen Wege, aber da gehen wir dann einfach später hin. Platz im Inventar haben wir auch wieder. Neue Buttons an der Leiste haben wir auch. Ich kann noch irgendwie aufsteigen. Ich dachte... Ach, ich kann... Ah, wunderbar. Und ein Talent kann ich auch noch vergeben. Furchterregendes Auftreten. Ich würde gerne bei der zwei Waffendingens weitermachen. 40 Geschicklichkeit brauche ich dafür. Also haue ich mir mal alles in die Geschicklichkeit hinein. Zumindest fünf Punkte. Mal gucken, was wir dann machen können. Zwei Waffenbeherrschungen. Passiv. Nur wenige beherrschen die anspruchsvolle Kunst des Kampfes mit zwei Waffen wirklich. Der Charakter zählt nun zu dieser Elite und ist in der Lage, in jeder Hand eine normale Einhandwaffe zu führen. Außerdem sinken die Ausdauerkosten für sämtliche Zwei-Waffen-Fähigkeiten. Oder wir nehmen die tödliche Suche. Führt der Charakter zwei Waffen, wird er zu einer echten Naturgewalt und erhält dauerhafte Boni auf kritische Trefferchance im Nahkampf sowie kritischen Schaden. Das Talent Zwillingsschläge verursacht nun zusätzlichen Schaden durch blutende Wunden. Das sind diese hier, Zwillingsschläge. Zwei Verheerende. Ne, 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 ne. Ja, nehmen wir mal dat da oder dat andere oder dat oder wat oder wer. Zu dieser Elite. Ja, macht das mehr Schaden? Das hier macht auf jeden Fall mehr Schaden. Komm, machen wir mal das. Und dann ist die Lauge auch, ist der Käse geschnitten. So, die anderen level ich später wieder auf, wenn ihr mal heimlich nicht guckt. Wenn ihr mal heimlich nicht guckt, ja, sinnvoll. Und wo müssen wir denn hin? Der Hof. La, 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 da waren wir ja schon. Da wurden Pläne gespielt. In Ländereine Turnables waren wir auch schon. Wendanwald kennen wir auch. Die Schwarzmarschen. Da müssen wir natürlich noch hin. Aber wir müssen auch in die Knorrenwaldhügel. Wir ziehen jetzt erstmal schön in die Schwarzmarschen. Und gucken mal, was da so am Brodeln ist. Und mal schauen, ob wir unterwegs jetzt angegriffen werden. Alles ruhig. Du willst mich wohl vermarschen, wa? Da sieht's ja aus wie bei Mickey Maus. Gebiet freigeschaltet, die Schwarzmarschen. Hallo, jetzt bewegt euch doch mal. Es heißt, dieser Sumpf sei einst bewohnt gewesen. Bis eines Tages alle verschwanden. Oh, gruselig. Auf diesem wackeligen Schild steht, seht euch vor, die Schwarzmarschen. Sie sind verflucht. Ein verflucht lustiges Gebiet. Soviel dazu. Wir haben Alpha Marschenwolf. Und wir gehen natürlich alle erstmal auf den Kleinen. Ich muss mich erstmal an die neue Dingensbelegung gewöhnen. Jetzt mach ich hier irgendwelche Tasten-Kombos, die ich gar nicht machen will. Ach egal, ich bleib jetzt mal bei dem da. Und jetzt müssen wir langsam mal dem zu Hilfe kommen, weil der Alpha Wolf unseren guten Anders angreift. Naja. Ich glaube, Angriff ist das richtige, richtigere Wort. So, dat war dat. Kettenrüstung. Und ich würde jetzt gerne mal gucken. Ich habe gerade mal die Wölfe verschlungen, weil ich gerade so ein bisschen Hunger hatte. Das probiere ich nochmal. Ach ne, geht nicht mehr. Ich brauche Aufladezeit von 30 Sekunden. Aus lauter Frust klaue ich mir erstmal eine Flechtrebe. Eine tote Kuh. Erlaubt mir euch zu sagen, Sir Zwerg, dass ihr auf dem Schlachtfeld wirklich furchterregend seid. Wollt ihr euch etwa über mich lustig machen? Ich musste nur furzen, weil ich so überrascht war. Nein, es war als Kompliment gemeint. Ich bekomme einfach nicht besonders viele Komplimente. Aber das verstehe ich nicht. Eure Fähigkeiten sind... Eure Fähigkeiten sind auf jeden Fall besser als eure Manieren. Schon wieder ein Alpha-Wolf, Skelett-Truhe. Was haben wir hier noch? Leichnam der dunklen Brut. Und da oben war vorhin noch ein Wölfchen. So, alle mal drauf da. Alle mal drauf da. Ja! 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 So, was haben wir denn hier? Da hinten kommt wieder ein Marschenwolf. Der greift die beiden Kleinen an. Aber wir machen erstmal die hier vorne platt. Ist doch Wurst gerade. Das sind sogar zwei Alpha-Wölfe, verdammt. Und da hinten kommen zwei Wölfe an. Äh, wen greife ich gerade überhaupt an? Hier ist so viel los gerade. Ähm, was haben wir denn hier? Kräfte sammeln inspiriert anwesend? Ach, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Na ja, ist auch egal. So, wir nehmen mal jetzt den da. Und dann bleibt er noch übrig. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Bats. So, haben wir es nun. Die schwarzen Marschen liegen da hinten. Ja, das ist so. Ja, das ist so.